Patikyzer, du bist die Auserwählte. Also, bekämpft die Dementoren. Okay. Okay, ich schaffe das. Ich werde das gleich nochmal. Hey, Lumos! Hey, mach das Licht auf! Au, ups, sorry! Okay, Wingardium Liviosa! Hey, lass mich runter! Au! Au! Upsi! Ich dachte, sie wäre die Auserwählte. Ja, von wegen Haus des selberen Flügels. Das gibt es bestimmt gar nicht. Der sprechende Hut hat es mir zugeteilt. Dann hat er dich angelogen. Stimmt das? Ja. Jetzt wird dir dein richtiges Haus zugeteilt. Es ist nicht eindeutig, es sind zwei. Entscheide jetzt, in welches Haus du gehen willst.